Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde...Taggit... ...nicht Taggit... ...Moon Quest! Ja! Together mit der Chico! Und dem Seemoon! Ja... Weiter geht's! Leider gestorben. Naja, was heißt leider? Das war halt nicht so interessant, ne? Auch draußen ist doch... Wollte man es nicht hinlegen. Dann... Ja, genau, stimmt. Haben wir das nicht letztes Mal schon gemacht? Ich meine auch. Naja... Hm... Hm... Naja... Okay, ich baue eine Home und baue mal was... So... Ach stimmt, ich ha... Ich hatte sie... Genau. Yay! Ich frage mich, ab wann... Ab wann regenerieren sich denn wieder die Herzchen? Ich glaube ab... Wenn nun nur... anderthalb Keulen verbraucht sind, ich glaube, dann fängt es wieder an zu regenerieren. Oh, dammit. Ich hab zwei Keulen. Hatten wir nicht Eisen gehabt? Ach ne, doch... Ach ja, stimmt, hier. Ich brauche zwei... Drei Eisen für... ...einen Eimer. Aber Neho brauchen wir nicht. Achso, ja, einen Eimer, das brauchen wir vielleicht. Ja. Juhu! Mache ich vorne schon mal ein bisschen Platz. Äh... Kaufst du noch das Eisen, oder hast du schon das Eisen? Das Eisen ist noch im Ofen gerade. Achso, ja gut, dann mache ich das mal so lang. Mhm. Also, das braucht aber... Ich glaube daraus kann man Charcoal machen. Ja. Das wäre zumindest eigentlich Verwendungszweck. Ja, stimmt. Das wäre eigentlich schon gar nicht schlecht. Dann hätten wir auch von Ofen gleich was. Jo, ich mach dir mal ein Löchlein. Eins, zwei, drei, vier... Nein. Pfff! Knapp daneben ist auch vorbei. Okay. Hey cool, ich hab noch ein Wasseralm und hier ist noch Wasser. Hoch? Ja. Cheater. Cheater. Ist das in Kreativ-Mode? Ja. Einfach in den Boden. Mhm. Mehr hab ich nicht. Aber ich könnte ja... Ich hab noch zwei? Können wir ein bisschen Grasverkloppen gehen? Ist gut. Ja man, das geht einfach nur ultra ab. Wuhu! 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 Leck dich bei dir eigentlich nicht mehr? Nein, natürlich nicht. Ist ja auch ein Ding hier. Ein bisschen durchgehen, konstante 20 NPS gerade. Und das ist heute mega Action. Mähdrasch-Action. Wuhu! Mähdrasch-Action. Komm mal gerade wirklich so vor. Ey. Guck mal, also wenn ich so... Machst du nicht mehr Gras. Äh, ja das reicht ewig. Ich hab 16 Stück, 19 Stück, 20 Stück. Ach, hier auf dem Weg krieg ich noch mal... Eine Güte! So, wenn ich... Wenn ich so daheim Rasen mähen würde, dann hätte ich sogar als Kind nie was dagegen gehabt. Oh ja. Hichichich. Aber irgendwie war das nicht so der Fall, ne? Hast du Knochen? Ich hab vorhin bei dir in Knochen eine Hand gesehen, war das richtig? Ja! Jee! So. Und dann... Ich hab nämlich ganz schön großen Hunger. Dampf rein. Verdammt. Ups. Mach's nicht kaputt. Weiß nicht so schlau. Naja, nein. Ich hab's jetzt auf 3 verteilt statt auf 1. Genau. Aber ist egal. Mit einem kannst du ja eh noch nichts anfangen. Nee. Und... Und... Ja. So viel ist da ja auch nicht. Ähm... Wirst du ja auch noch ein bisschen rumhauen. Mhm. Wie weit geht's? 4 nach dem Block, gell? Mhm. Ja. Hehehehehehe. So. Jetzt hab ich keine Seeds mehr. Aber ich... Aha. Juhu. So. Dann kann ich mich ja... Das ist schon ein ordentliches Feld. Geht doch. Hehehe. Ja, du. Da... Da überlebt man dann. Wenn wir noch ein bisschen Knochenfing... Fing... Fing... Finden. Alter. Boah. Ich guck mal, ob ich noch einen Apfel finde oder so, weil... Ich hab wirklich nur noch eine Hungerkeule und nur noch 5 Herzen. Das ist nicht so cool. Naja, dann geht's runter auf 3. Und dann bleib ich auf 3. So wie ich. Einen Apfel. Wie? Hm. So. Hast du noch das Darkwood? Äh ne. Wie das Darkwood? Jo. Das geh ich mal... In den Ofen schmeißen. Ja, da. Wollte ich grad auch machen. So. Wo ist es denn? Da. Hier. Wunderbar. Naja, wunderbar. Das Funk zinuckelt. Mhm. Ähm. Iris. Aha. Hm. Jo. Ich pflanze da noch ein paar... Paar Eichen wieder hin. In der Hoffnung, dass wir da noch ein paar Äpfel ausholen können. Achso. Ja. Ja, 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 ja. Ah, wir wollten ein paar Chests machen schon, gell? Stimmt. Äh, ja. Wird schon reichen. Das Holz kann man auch schon mal dann genügend. Ah, ich hab zwar 2... 2 Twests in der... im Inventar. 2 Twests. 2 Chests. Mhm. Boah. Boah. Uh. Gut. Da können wir dann schon mal etwas ablagern. Tap, tap. Oh nein, hier ist kein Ding. Inventory Swords. Was weiß ich was. Wo kommt das her? Von welchem Art? Inventory Tweaks, glaub ich. Äh. Mhm. Da muss ich ihn ja noch holen. Das kann man nicht so anspruchsvoll. Doch, natürlich. Klar. Was denn so anspruchs... Boah, da verbirnt sie die Spitzhacke. Da bin ich dabei. So, und ich hab noch was... Auch noch was, wenn die verbirnt ist. Wunderbar. Ich guck nochmal unten, ob wir da nicht noch irgendwas schönes finden. Ein bisschen. Lecker. Duptidu. Ja, Eisen könnten wir noch ein bisschen brauchen. Ja, das stimmt. Hier ist noch Aluminum. Weil, äh, wir haben doch Iron... Äh, die nächsten drei Eisen schmeiß ich auch noch ein, ne? Jo. So, jetzt kommt auch schon mal die Kohle. Katsch. Der war clever. Ja, warum das nicht? So, verdammt, jetzt hab ich nix zum Verheizen mehr hier. Dann nehmen wir da auch schon mal die erste Kohle. So, hast du noch Fackeln genügend? Äh, ich hab keine Fackeln. Wo sind die eigentlich hin? Habst du nicht die Fackeln? Ah, ich hab die Fackeln. Tatsächlich hab ich die Fackeln. Äh, dann mach ich mal noch ein paar mehr. Ich bin immer in so einen Seitengang gegangen auf Höhe 35. So, das reicht auch schon mal an. Dann mach ich mir jetzt noch eine Eisenspitake. Ähm, ja, mach ich. Äh, so. Okay. Ah, 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 ah. Perfekt. So. Und das da, ich weiß nicht, kann ich das auch verbrennen? Nein. Und das auch. Du willst die Eisenspitake verbrennen? Bist du bekloppt? Heiße. Ah, du hast die rausgenommen. Ja, natürlich. Oh, ja. Hier. Oh, Mann, oh Mann. Ich glaub, du kannst zwar sowieso nicht verbrennen, aber trotzdem. Stein kannst du auch nicht verbrennen. Are you sure? Ähm, ziemlich sogar. Ey, Holzkohle hat jetzt voll die andere Textur hin. Mhm. Find ich cool. Ah, ich hab noch normale Kohle hier. Inventor. So. So. Tatsächlich. Stein verbrennt auch nicht. Na dann. Machen wir's halt so. Diesen hier. Ähm ... Ja. Und wir gehen. Dieb dieb, runter. Ich weiß nicht. Ich war bei 35. Du kannst ja nach ganz unten gehen. Ja. Können wir so einen Kuhn buddeln. Bum 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 bum. Was haben wir denn hier maschinentechnisch so am Start? Ähm ... Gar nicht mal so viel glaub ich. Habe ich nämlich gerade auch schon so gedacht. Was haben wir denn eigentlich da? Ähm... Wir haben Wildcraft, wir können eine Quarry bauen. Ja, immerhin. Mhm. Ähm, wir haben... Ja, vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir das ziemlich früh machen. Mhm. Ah, soll ich dir noch ein paar Fackeln geben? Äh, ich hab zwöl Fackeln. Ah ja, gut dann. Weil, ich mein irgendwie... so eine Quarry... hat irgendwie immer den Vorteil, dass einfach... Rohstoffe dann irgendwann da sind. Ja. Sind wir schon hier unten beim Bedrock? Ja. Crave. Okay, und diesen... schwarzen Stein brauchen wir nicht unbedingt abbauen, oder? Ne, das ist nur Deko, das ist... Ah. Ja. Kann man nicht... direkt auf dem Bedrock landen. Oh, Iron. Da... Wäre noch schlau gewesen. Oh, cool, wenn ich das richtig sehe. Was ist das? Das ist die tolle Minecraft. Und noch mehr Eisen. Tja. Oh, und ich hab Diomentos. Yay, ich hab... Zinn. Ich hab bloß Diomentos. Ha. Ah. Schon ganze... vier Stück. Perfekt. Ha. Das in der zweiten Folge... Nicht schlecht. Ja. So läuft. Der Hase. Jawoll. Okay. So... Kohle nehme ich noch mehr. Aber wir haben hier... Dingofen, gell? Ja doch, haben wir... Dingofengrund trugt. Mhm. Weiter hat man ja das... komische Berg. So. So, so, so. Wir haben mal wieder das... fröhliche Gefahren. Anfang. Hm. Jam, 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 jam. Hm. Irgendwie hab ich nicht so die Ordnung. Was mein... Bach da geht. Okay. Noch mehr... Zinn. Schön. Wie erst mal mit Eisen? Hab ich. Ich hab schon elf Eisen. Ich hab fünf Eisen. Ja, also... Läuft doch. Was hab ich denn hier? Darf hab ich schon elf zum Zinn. Marble... Marble Cobblestone kommt auch aus. Ist ja Hure. Der Helle? Ja. Mhm. Aber, aber Cobblestone nicht einfach nur Marble, sondern Marble Cobblestone. Ja. Das andere ist der Basalt Cobblestone. Der Schwarze. Ah. Ja, genau. Dann, ja, dann, dann, dann kenn ich schon als Cobblestone. Mhm. Aber Marble war bis jetzt bei mir immer nur Marble. Ja, das ist ja ein anderer Mod jetzt hier. Marble. Ja. Ein Marble-Mod. Marble-Mod, genau. Yay. Ich glaub, Kohle brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Also, hab ich jetzt auch schon eine ganze Ladung. Oh. Und Redstone und... Iron. Und was hab ich hier? Eieiei. Lauter vieles Zeugs hier. Oh, das ist schon das Grüne. Uranium Ohr. Ja. Ja. Dann hab ich auch noch ein bisschen... Hm. Läuft noch ein Ugo an. Verstrahl dich nicht. Ja, ein bisschen, ne? Ich bin so schön verstrahlt. So. Hat sich doch gelohnt. So. So. Mach ich da... Mach ich da wieder zu? Da mal. So. Das ist auch... Ja, keiner weiß, dass ich hier drin war. Äh. Von wo komm ich? Von da komm ich. Ja, cool. Ja, also Kohle haben wir jetzt echt schon mehr als genug. Wunderbar. Dann verbrennen wir auch oben grad noch Holzkohle. Und dann können wir uns zukohlen. Wir können mal flüssige Kohle machen. Mhm. Oh, schon wieder dunkel draußen. Mach schnell hinlegen. Soll ich mal hochkommen? Mhm. Alles klärchen. Okay. Meinen Schlückchen. Prost. Ja, Prost. Wolltest du nach dem Essen gucken? Ja. Ah. Ah. Also das hier hoch ist eine Katastrophe. Tja, dann schnapp dir die paar Treppen und setz Treppen. Ja, aber dann müssen wir oben wieder ne Decke abhauen. Das stimmt. Tja, Probleme über Probleme. Schlimm, schlimm. Ja. Schlimm, schlimm. Das Treppenproblem. Mhm. Das Treppen. Okay. Problem. Oha. 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 Sieht nicht gut aus. Oh. Oh. Sind da hinten. Weiß ich nicht. Ich seh ihn soweit. Spinne kann ich sehen. Eine Spinne. Mhm. Auf dem Baum. Oh, da können wir... Brauchen wir nichts, oder? Ah, Creeper. Incoming. Auf dem Baum. Incoming Creeper. Geine mit der Spritzhacke drauf. Mit der Hoh? Nicht so... Nicht so effektiv. Nein. Ah, die Axt. Ähm. Ja, die Äxte sind gut. Das sind ja auch Angriffswaffen. Da ist der Spider. Ich kann nicht rennen, weil ich so'n Hunger habe. Ich auch noch. Oh, da ist nicht Iron. Ey, mal her damit. Da ist... Da ist ein Scheißball, der wieder rumhüpft. Ein Klopp. Klopp, klopp, klopp. Ein Klopp, genau. Wupp, muss ich jetzt noch fallen? Sie schmetten gar nicht so tief runter müssen. Tja. Ja. Hinterher ist man immer schlauer. Ja. Normal. Mhm. Hab ich's getroffen? Mach! Sogar. Oh, da ist noch mehr. Dann setzen wir doch fix ne Fackel. Ich glaube, ich soll eben ein paar Werkzeuge machen. Ich bin irgendwie grad so werkzeuglos. Ja? Ja. Ich hab meine Hoh. Du tun. Ja, immerhin. Ja. Ich hab ganz viel. Oh, da war noch mehr. Ja. Ja? Ja, doch. Das ist echt... Ich find das eigentlich echt cool mit der Fackel. Aber irgendwie wär das cool, wenn ich dir die auf... auf den Kopf schnallen könnte. Ich weiß sowas. Oder... Ja, keine Ahnung. Irgendwie sowas in die Richtung. So. So. No, dammit! Es ist ein Skelett. Ein Knochen geben. Aber... Das hat... Bring dich nicht um. Nee, ich hab bloß noch zwei Herzchen. Und das hat der Hut auf. Nee. So. Na, komm her. Komm her. Wo bist du? Hä? Das muss doch hier irgendwo sein. Oh ja, da. Oh, ich muss weiter. Noch eins weiter. Oh, da. Oh. Ja, ja, ja. Jetzt hat's mich. Boom. So, jetzt. Du kommst klar, ne? Ja, ich komm klar. Ja. Ja, praktisch hier. Perfekt. Ich hab's. So. Aber, schade. Es hat kein Knöcheln getroppt. Darf aber einen Hut, wenn es einen Hut aufhatte. Wie? Ja, aber ich hab's nicht... Ich hab's wohl nicht getötet. Weil ich hab's verbrennen lassen. Ach so. Okay. Dann hat's... Weil normal zeigt's das ja immer an, wenn's so'n Hut zählt. Mhm. Wo stellt man dann die Hüte ein? Irgendwo kann man das bestimmt. Ähm, ich glaub auf'm... Haar. Natürlich, Haar wie Head. Head. Oh ja, cool. Ähm. Random Head. Nee, du hast ja kein Head. Ich hab bloß einen. Ach du hast ein Head? Ja, ja, ich hab doch... Cool. Ich hab doch die... Oh, cool. Oh, stylish. Ich mein ne. Nein, die blau ist eigentlich ganz cool. Ah, das ist ein bisschen dunkels blau. Mit... Mit der Ding. Sieht schon cool aus. Ähm. Ich hab doch dieses Schaf umgehen natzt. Ach so. Stimmt, das ist das stylische Schaf. Stimmt. Ja, genau. Das stylische Schaf. Ja, und jetzt hab ich... Jetzt hab ich die Quali auf drauf. Ja, da, 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 da. So. Was wollte ich jetzt tun? Ach genau, ich weiß es wieder. Ja? Ich hab bloß noch zwei Herzchen. Ich könnte was zu essen brauchen. Nnnn, ich kann nicht rennen. Und das ist ungewohnt und das ist uncool. Und ganz uncool ist heuer. Mi, mi, mi. Ich habe noch eine Axt übrig. Noch ein bisschen Holzteil. Ich darf nicht sterben, weil schon steht da ganz viel Iron weg. Na ja, ganz viel, aber auch 14 Stück, ne? Kann schon immer mehr sein. Eine ganze Ladung, ja, gell? Finde ich auch. Ich meine, hier im Winter würde ich auch nicht als Apfel wachsen. Und klar, dass die Bäume hier so wenig Äpfel droppen. So, ich baue mal ein paar Tinkers-Gunstruck-Sachen. Ja! Die man jetzt lustigerweise stapeln kann. Das ist richtig cool. Wenn man die Tische noch mal ins Crafting-Feld tut, kann man so Slaps draus machen. Das ist total witzig. Da kannst du die aufeinander stapeln. Wie Holzslaps halt. Hä, wie? Echt jetzt? Kommst du gucken? Das zeige ich dir schon. Oh nee, ging das nicht so? Ich komm gucken. Ich hab einen Apfel. Naja, okay. Hat nicht ganz so funktioniert, aber immerhin halb. Jetzt haben wir ein stylisches Regal als Tinkers-Construct. Oh Mann. Ah, okay. Ich weiß jetzt, wann ich... Okay. Ah, ja gut. Okay. Ja, ja. Das heißt, du... Oh. Hast du nicht mehr einen Tisch, sondern nur einen halben Tisch. Genau. Tisch ohne Beine, sozusagen. Genau. Aber... Ja, doch, genau. Ja, okay. Oh, meine Nase, Luke. Ja. So, ähm... Diamantos tu ich mal ablegen. Stimmt, die hab ich ja auch noch hier drin. Huiuiui. Äh, bissle Kopper, auch bissle Iron. Äh, ja. Und Schonch? Einen Apfel hätte ich ja noch, ne? Gebe ich denn Essen? Oder gebe ich denn dir? Tja. Ich glaub, mir bringt der Montag auch nicht so viel. Ich brauch für eine ganze Ladung. Oh, ja, ich bräuchte eigentlich auch eine ganze Ladung. Ob ja, aber das Getreide... Nee, und es war auch kein Ding da. Nee, nee, nee. Oh Gott. Wo kommt der Riesenbaum her? Hast du denn gepflanzt? Ja. Weiß nicht, ob meine Axt so weit noch reicht für so einen Riesenbaum. Kopier's mal. Mhm. Ja, vielleicht ein Äpfelchen rauskommen. Oh Gott. Also eine Holz-Axt... Äh, eine Stein-Axt ist auch nicht mehr das, was immer war. Tja, so kann's kommen. Ah, Tatan. Gab's nicht mal ein Sto-Dig? Oh. Okay, es hat nicht ganz gereicht. Oben ist noch ein kleiner Bobbel. Boah, zwei Äpfel. Aber das könnte reichen, dass ich wieder rennen kann. Tool-Rot. Ich brauch mehr Pattern, 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 Pattern. Ja, das reicht, das reicht. Super. Oh, das erstell. Weitsinn ist fertig. Ich mach uns mal Stein-Hämmerchen. Die sind im Prinzip. Wenn's so aussieht. Ah, ich glaub, dann ist's fertig. Jo. Yay. Cool. Brauchen wir noch... Immer noch... Ja. Ja. Ja, ich hab's jetzt auch schon. So. Warte. Äh, wo ist denn jetzt unser... Hier. So. 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 Und... So. Ah, ja. Viel besser. Gunpowder hab ich schon. Was hast du denn dahinter? Ach so, die Patterns. Ach, du bist schon am Haus ausstanzen. Ich mach uns mal Hämmerchen aus Stein. Ah, cool. Wenn du das da hinten in die Chats reintusch, dann kannst du da direkt drauf zugreifen. Genau. Ups. Ah, finde ich ja auch wieder sehr selte. Ach nee, scheiße, ich kann uns keine Hämmer machen. Verdammt! Warum nicht? Was für dich? Weil wir dafür nämlich die Tool, die die Tool Forge brauchen, nicht nur die Tool Station. Und die Forge, für die brauchen wir vier Metallblöcke unserer Wahl. Metallblöcke? Also... Also vier Eisenblöcke. Alten, Gold, Silber, whatever. Okay. Dann muss ich mal tschissen. Zwischenlagern. Haben wir auch nicht mehr so viel da drin. Platz. Das kann ich auch noch essen. Ob auch nicht. Er stoppt sich hier voll bis oben hin und lässt mich hier verhungern. Ja, natürlich. Na ja, ich hab verrottetes Fleisch gegessen. Wobei das gar keinen negativen Effekt gibt. Er hat nur bestimmte Chance, ich glaub 85% oder so. Ah, ja gut, da hab ich ein gutes Stück erwischt. Ein gutes Stück. Eigentlich ganz so verdorbene Stück Fleisch. Ja, ich hab auch bloß noch zwei Herzchen. Oh Gott. Oh, ich hab bloß noch ein Herzchen. Oh Mann. Ich wollte mir jetzt mal einen Waypoint machen. Oh Gott. Na hier. Stimmt, das könnten wir auf jeden Fall so noch setzen. Mhm. Damit wir wieder heimfinden. Hm. 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 rennen meinem Wasser entlang. Ja. Dann könnt ihr sterben. Ich hab nix dabei, was irgendwie wichtig ist. Ich hab auch nix dabei. Außer Weizen. Außer Essen. Guck mal, kannst du nicht aus dem Weizen Mehl machen? Einfach nur mal ins Craft-Hinfeld legen? Ah, verdammt. Hm, schade. Nee, aber ich glaub, können wir das hier, äh, wie war das hier auf, äh, unglaublich? Nee, hier. Äh, Zucker gibt's. Äh, man kann sich einen Cowboy-Hut machen. Ach, wie cool. Ähm, ja, aber dann war's das auch schon, ja. Nee, hier gibt's leider kein, ähm, mehr draus machbar. Schade. Oh Gott, ich bin im Treibsand gelandet. Oh je. Und es wird nachtig, glaub ich, gehe heim. Ja, ich bin auch zuhause, weil ich brauche ne Schaufel. Hm. So, dann hattest du noch Erze und die nehm ich noch fix mit. So, und dahint noch, glaub ich, auch noch bisschen was. Jep, also, aber das ist schon stylisch. Da kannst du wenigstens nachts, äh, heimrennen und hast Licht. Mhm. Ja, haha, renn. Hoppi, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Mhm. Hopp, 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 hopp. Ja. Könnt mal auch noch ein paar Fackeln hier um unser Pfeuchchen verteilen, dass da nicht irgendwelche krummen Kollegen hier meinen, uns irgendwas andrehen zu müssen, wenn wir im Bettchen liegen. So, ich glaub, ich glaub, so können wir das schon ganz gut lassen. So, und weil ich ganz clever bin, weil man die Tools, die man aus Tinker's Construct rauskriegt, die mich immer wieder reparieren kann, mach ich mit Toolstation, die ich mitnehme. In die Toolstation, die du mitnimmst, alles klar. Ich guck mal fix im Bett und ich glaub auch, weiß ich nicht, so ein fräges Äugchen aufs Ölchen. Das Ölchen sagt, wir sind soweit. Wir sind soweit? Mhm. Dann gehen wir die nächste Runde los, ne? Ganz genau. Alles Gärchen. Bis zum nächsten Mal. Und bye bye. Ciao, ciao.